Außen vor, da kam der nicht hin. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Das ist sowas von meinem Hund, ne? Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Gut. Dann können wir mal schauen. Nimm. Da so. Dann wollen wir mal. Wupsi. Immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ach, ich wohne die Umdrehern. Ich mache Ravioli. Ich auch. Eigentlich. Ah, da. Und da. Und da. Es gibt auch viel Arno. Die sollen doch sehr gut sein, ne? Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Äh, was? Also auf jeden Fall Morph. Und ein kubischer Körper. Mhm. Aber wir hatten doch einen rumpen Korpus. Ja. So, okay. Wie du wieder bläst, ne? Was ist da los? Hm? Und du bläst hier wieder. Ja. Du packst ruhig hoch. Du hast gerade so vorwurfsvoll geguckt. Das hat jetzt nichts mit deinen Blasen zu tun. Stell es ruhig auf. Ich trau mich irgendwie nicht mit der beißt in ihren Knie oder sowas. Nein. Ich trau mich nicht mit der beißt in den Knie oder sowas. So, ähm. Oh. Guck dir den Dorn und Dorn an. Mit dem Ballfilzen. Die lieben den irgendwie. Kriegen wir schon irgendwie hin. Was ist hier eins und zwei? Tipp eins, Tipp zwei. Achso. Wir brauchen keine Tipps. Nee. Diesen Glück. Mhm. Klemmmuffe, Schraubmuffe, Steckmuffe. Klemmmuffe, oder? Mhm. Da brauchen wir vielleicht beides. Sit hier. Drei Speichern mit vier Speichern mit einer Speichern. Äh, zwei. Kannst du das schon miteinander verringen? Bestimmt, ne? Ähm. Irgendwie passt das nicht. Mach das mal... Nein. Nein, mach das mal zurück. Mach das mal auf den komischen. Mhm. Wir müssen aber mit Doc reden. Ich hab mir das alles nicht gemerkt. Ja, ich auch nicht. Okay. Hallo. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Du hast nicht zufällig noch einen Sprungumkehrer? Nein. Aber als erfahrener Bastler kannst du dir doch einfach selbst einbauen. Die Teile findet man hier so gut wie überall. Na klar. Warum habe ich da nicht selbst angedacht? Ich kenne da doch tatsächlich jemanden, der nicht weiß, wie man einen Stromumkehrer baut. So ein Trottel. Dabei ist es doch so einfach. Ja, ja, nicht wahr? Ist sonst noch was? Dieser Freund, von dem ich sprach. Der Trottel, der nicht einmal einen einfachen Stromumkehrer bauen kann. Genau. Du kannst es dir kaum vorstellen. Er hat schon alle Komponenten und kriegt es trotzdem nicht hin. Dabei ist es doch so einfach. Ja, ja, genau. Man muss ja nur auch... Das simpelste Grundschulwissen anwenden, du sagst es. Dieser Typ muss echt eine Niete sein. Naja, dafür ist er ziemlich lässig und gut aussehend. Besser als du. Bezweifle ich. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. Da hat er doch was gesagt. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Äh, danke. Ist sonst noch was? Hä, hat der da nicht was gesagt? Ich glaube hier, ne? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings, äh, nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau ließ sogar zwei Jahre lang mit einem verschmorten Hirn... Zwei Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist, äh, sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Hm. Hm, 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 hm. Frauen. Und? Ja. Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin ganz ohr. Der erste Tipp. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, Schraubmuffe an rund, Klemmmuffe nicht an kubisch. Mach aus. Ach, vergiss es. Ich weiß gar nicht, aber... Ich muss da mal... Klemmmuffe an... Was, ich hab's schon wieder vergessen. So, wir haben hier Klemmmuffe am kubischen, ne? Habe? Und äh... Eine Schraubmuffe an die Schraubmuffe, an die sphärischen? Genau, also dann hier ran. Sieht komisch aus. Ja. Na gut, die Steckmuffe an die sphärischen. Das ist mal radfarbene. Randalier. Geh noch mal zu Doc, ja? Mhm. Noch ein bisschen Kusel trinken. Mhm, merkt sich denn das halt? Ja. Hm? Was? Oh, hallo. Mhm. Noch mal zum Thema Frauen. Ich bin ganz ohr. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen. Aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen. Aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Muffe Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Muffe im Flansch geben. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Muffe Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Muffe im Flansch geben. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. So einfach. Mach ich nochmal den anderen. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Illusianer konkurrieren? Ziss, ziss, ziss. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Was? So ist nun mal der Lauf der Dinge. Was nochmal? Wie war noch gleich dein dritter Typ? Hast du mir denn nicht zugehört? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Wie war noch gleich dein dritter Typ? Hast du mir denn nicht zugehört? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Du schreibst ja binzig. Hm. Wollen wir versuchen? Vielleicht. Ach vergiss es. Ah. Na. Ich musste machen. So. Also was hast du... Oh. Okay. Ja, was hast du jetzt notiert? Gut. Sphärischer Körper ist eine Schraubmuffe. Also die Muffe muss da sein. Mhm. So. Kubisch. Keine Klemmmuffe. Keine Klemmmuffe. Alles falsch gemacht. Ja, wirklich. Also deine Speckmuffe. Demnach. So. Dann kommt der hier hin. Moff kommt an den Kubischen. So. Das ist am Kubischen. Ach so. Ah, das ist... Ja, okay. Das ist der Ring hier, ne? Ja. Ja. Äh, vier Speichen bei einer Schraubverbindung. Also hier. Zwei Speichen bei einer Klemmverbindung. Gut. Jetzt musst du den dritten auch in den Kubischen. Ha! Für einen Stromumkehrer brauche ich doch im Schlaf. Jetzt kannst du ja ausprobieren. Ob ich noch einen zweiten zusammen bekomme? Klar. Markkommler. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Nerf. Das tut eigentlich alles aus dem Kopf. Siehste? Ohne nur Gizen zu machen. Wette denn, doch hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Na. Das zeige ich dir. Jetzt haben wir drei von den Dingern. Welchen... Arealen, Bino, Marsala... Welchen nehmen wir denn jetzt am besten? Weiß nicht. Ist das egal? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir denn eigentlich hier? Weiß ich einen Stellkasten? Der braucht ja auch irgendwie Strom. Ich glaube, da brauchst du nur einen Hebel. Ah. Oh, ja. Stimmt. Wir versuchen mal. Und... Es hält. Ha! Ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Okay. Das war wohl in Ordnung. Jetzt ist die Frage, müssen wir nicht vorne das Signal? Oder wollen wir erst mal probieren? Oder damit vorankommen? Wir wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So gut. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Los rein. Und... ab geht's! Yippiey! Ein Wib! Ah, da, ja. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Tja. Weiter. Ich wusste, dass das passiert. Ach. Hm. 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 Yep. Alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ähm. Nope. Na gut, kannst du das Dingsbums sauber wischen. Das Glas. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ne, können wir nicht nehmen. Doch, du musst runter erstmal vom Ding. So. Aha. Luge Frau. So. So kluck. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Okay. Er muss kaputt sein. Auf Alkohol. Mhm. Den Alkohol ist es damit sauber wischen. Ach so. Abgeschlossen. Ja. Ich meine ja, das ist doch praktisch. Jetzt haben wir hier. Anzeige. Ah ja, okay. Halb so wild. Ja. Hier haben wir noch einen Hebel. Okay. Ich bin verwirrt. Ähm. Nope. Oha. Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Gut. Der hat auch noch einen Schlüssel da, die Leiche. Der in der Weiche hinkt. So an dem Signal. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Und jetzt können wir wahrscheinlich den sauber machen. So kann man. Hallo. Kommst du öfter hierher? Mhm. Okay. Ist der jetzt tiefer? Jai. Kann man das hier aufschließen bestimmt. Hat der gerade genießt? Ich glaube er hat gerade die Nase hochgezogen. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Okay der passt nicht hier. Dann passt der oben. Abgeschlossen. Ja. Ja. Nimm doch. Mh. Ein Dreicheisen? Fast. Ach kein Schlüssel. Ja. Ich fand ihn auch total toll. Ja. Kein Schlüssel. Können wir damit die Weiche schon stellen? Ja wahrscheinlich brauchen wir da den Hebel. Okay. Du drängelsau ey. Passt nicht. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Okay. Den Hebel. Und die drängelnase. Immer im Mittelpunkt stehen. Ja. Wer ist hier? Achtkant Nene. Doch. Cool. Sicherung. Geil. Nehmen wir mit. Wartungskasten schließen. Geil. Puh. Ähm. Wofür brauchen wir ne Sicherung? Ich hab keine Ahnung. Den Kran vielleicht? Oh ja. Das kann sein. Da haben wir ja noch gar nichts gemacht oder? Was ist denn? Wartungskasten. Alles klar. Hast du den Akkant für selber? Mhm. Ja. Egal was dahinter auf mich lauert. Ich bin vorbereitet. Ach Wurst. Das ist... Wenn er Vertrauen hat, dann muss ich Vertrauen, ne? Dann nervt ihn auch fast nix. Nö. Zum Kran. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Ja. Ja. Da muss man kein Genie für sein. Jetzt bin ich nervig. Egal was dahin. Jetzt bin ich nervig. Ah. Sag ich ja. Scherben bringen. Aber ich brauch... Die ist im Eimer. Weg damit. Nice. So. Ne Wurst? Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ruhigen Sie mich. Oha! Ah, das... Ich glaub brauchen wir ihn noch nicht, ne? Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Minebike liefen und... Ja, ist ja noch nicht da. Ja. Äh, wo ist das Minebike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Eine Kleinigkeit. Was ist jetzt? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vor hat zu brennen. Hm. Richtiger Tipp. Auf jeden Fall. Gut, jetzt müssen wir halt das Minebike da. Können wir hier noch was machen? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Ja, finde ich. Danke.